Hi Leute, willkommen hier am 2. Weihnachtsfeiertag zu einer neuen Folge Forza Horizon 2. Wir sind immer noch unterwegs auf Storm Island und fangen heute glaube ich mal mit einer Fahrspaßliste an. Davon haben wir auch auf der Insel hier eine ganze Menge, auf der Isola Tempesta. So, letztes Mal haben wir ja die 90s Rally mit der Celica abgeschlossen. Da meinten einige so von wegen, der würde so Underground-mäßig und so Straßentuner-mäßig aussehen. Aber weiß ich nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, vielleicht wegen dem Spoiler. Aber an sich fand ich ihn eigentlich schon relativ rallylastig durch die Felgen und durch das Aussehen und so, durch die Lackierung. Naja, egal. Wir fangen an und zwar mit dem Rallyfighter. Das glaube ich, den kennen wir schon noch vom Festland. Mit dem sind wir da glaube ich auch schon mal gefahren. Fahrspaßliste Zerstörungsrennen. Schwierigkeit Mittel, da fahre ich dann gleich mal hin. Bevor es dann weitergeht mit dem nächsten Rennen in der Meisterschaft. Da fahren wir dann wieder zurück in die Mitte, einmal zum Außenposten hier, zum Festivalgelände. Ja, wir wollen mal gucken, was das noch alles so erwartet. Ich habe jetzt schon mal gesehen, dass doch einige Autos so ein paar Bodyparts bekommen haben. Allerdings lässt das so insgesamt ein bisschen zu wünschen übrig. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr noch erwartet. So ein bisschen auch in Richtung Breitbau vielleicht mal. Das würde auch Horizon, glaube ich, mal ganz gut tun. So, zunächst mal. Ah, da ist noch eine kleine Tafel, die wir uns dann natürlich schnell holen hier. So eine Reparatur- bzw. Upgrade-Rabatt-Tafel. Die versteckt sich doch hier hinter dem Felsen. Jawohl. Das ist wieder eine richtig schöne Lichtstimmung hier. Wird klasse aus. Riesig großer Monolith hier. Ein riesiger Stein. Mal sehen, was hier wird mit aussichert. Und hier kommt der Rückwärtsgang nicht wirklich aus dem Quark. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage schon mal und habt auch einen fleißigen Weihnachtsmann gehabt. Jetzt ist dann nur noch Silvester, was noch vor der Tür steht. Ui. Ja, aber bis auf so ein paar Knallschlangen und so Knallbonbons und so Tischfeuerwehr haben wir eigentlich gar nichts. Also ich bin nicht so der Silvester-Mensch, der jetzt meinte, der meint irgendwie, große Böller und Raketen kaufen zu müssen. Ich finde das, ehrlich gesagt, eine ziemliche Geldverschwendung. Und ich finde das so, im kleinen Bereich passt das schon ein bisschen eher. Einige, die fahren da ja echt 100, 200 Euro auf, um sich irgendwelche Raketen und Böller zu kaufen. So, zerstören sie 90 Tafeln. Das ist eine ganze Menge Holz und jetzt ist wieder richtig stumm im Wasserglas hier. Richtig Regen, richtig Wind, richtig matschige Strecke. Das Auto ist richtig trägig. Ich hätte jetzt erwartet, dass der richtig loslegt, richtig reingreift in den Dreck. Aber der schwimmt und, boah. Richtig schwer zu fahren. Naja, das war die 90 Tafeln. Da habe ich schon mal ein paar verpasst. Ich glaube, wir sollten jede einzelne Tafel mitnehmen, um das zu schaffen. Deswegen spule ich da an der Stelle schon mal zurück. So, ich überlege gerade, hatten wir den schon mal, hatten wir den schon mal auf dem Festeln, den Rallye Fighter? Ich glaube doch, ja. Irgendwie kommt mir der mir sehr bekannt vor. Ich habe jetzt zumindest schon mal, haben wir schon mal drüber geredet, über das Auto. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die in den USA gemacht wurde. So ein USA-Ding ist das, glaube ich. Für die Wacher-Rennen oder sowas. Diese Wüsten Offroad-Rennen. Hoppala, hoppala. Ey, das waren jetzt, glaube ich, zu viele treibende Tafeln. Da muss ich nochmal zurückspulen. Und ich bin immer noch mit dem Gamepad unterwegs, übrigens. Also wir sind immer noch im Gamepad-Modus. Ich habe auch schon gelesen von ein, zwei Leuten, dass sie das mit Gamepad ein bisschen mehr mögen, als mit Lenkrad. Zumal wir hier mal ein bisschen auch in der Umgebung uns umsehen können. Zumal wir auch ein bisschen besser Perspektivenwechsel machen können. Weil ich mit dem Gamepad beides ganz gerne fahre. Und auch Außenansicht kann man auch mal ein bisschen wechseln, ein bisschen Variation reinbringen. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Geht es jetzt ins Gewächshaus? Zack. Einmal die frischen Kräuter umgefahren und dann einmal die Heuballen weggefahren. Und weiter geht es. Das haben sie echt schön gemacht hier mit dem Wind, mit dem Sturm. Du merkst richtig dieses Wetter. Du spürst das richtig. Oh, da vorne geht es nach rechts. Du merkst richtig, wie das hier zaust und braust. Und Bäume wiegen sich hier im Wind. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann alles zu Weihnachten bekommen habt. Ich habe auf Facebook, Instagram schon mal nachgefragt. Das ist schon krass, was die Eltern heute so alles raushauen. Für die, naja, ich weiß nicht, ob es nur Kinder sind. Aber die Eltern hauen schon eine Menge raus. Also, wie ich gelesen habe, so Konsolen, Playstation 4, Lenkräder gingen da raus scheinbar. Das ist schon unglaublich. So, wir haben 90 Tafeln zerstört. Da gibt es auch ein paar Credits oben drauf wieder. So, weiter geht es. Ja, könnt ihr im gleichen Zug mal schreiben, was ihr Silvester so geplant habt. Würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Was bei euch so abgeht. Ne, Weihnachten war bei uns sehr, sehr ruhig auf jeden Fall. Wir haben uns ja, wie ihr gesehen habt, eine Wii U gegönnt gegenseitig. Und haben dann auch, ja, wir wollten ja Mario Kart auch noch bringen. Da fragen vielleicht auch einige Leute nach jetzt, wo bleibt denn eigentlich Mario Kart? Wir wollten doch auch Mario Kart aufnehmen. Ja, also, das haben ja schon einige geschrieben, dass das nicht gerade beziehungs- oder freundschaftsfördernd ist, dieses Spiel. Und wir haben auch so ein paar Runden Multiplamer gespielt. Und wir sind beide so ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig da gechillt und ruhig zu bleiben, so wie es uns auf dem Kanal ja meistens ist. Und deswegen haben wir Mario Kart erstmal hinten angestellt. Und wir haben stattdessen uns dann doch mehr mit Mario 3D World beschäftigt. Das ist ein richtig geiles Spiel. Das macht auf der Video richtig viel Spaß. Ich finde die Wii U generell richtig geil, muss ich sagen. Ist eine Konsole, die sehr viel Spaß macht und die auch Spiele scheinbar hat, die sehr viel Spaß machen. Vor allem dieses 3D World, da sind wir richtig am suchten Moment gerade. Da haben wir sehr viel Spaß dran auf jeden Fall. Mehr Spaß als in Mario Kart. Mario Kart habe ich immer so ein bisschen nebenbei gezockt auf dem kleinen Pad und die ganzen Cups alle mal freigeschaltet. Ist auch richtig super. Also nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht, aber Mario Kart ist auch toll. Den lassen wir jetzt erstmal vorbeifahren. Ich glaube, dem waren wir auch nicht ganz ebenbürtig, dem Kollegen. Also die Wii U auf jeden Fall kommt da nochmal ein gesondertes Fazit, vielleicht auch zu Mario Kart. Vielleicht mache ich auch alleine mal ein paar Folgen, so im Dingsmodus da, im Karrierenmodus. Ich will mich im Stern die Cups mal vorstellen. Aber das kommt dann irgendwann später vielleicht. Vielleicht dringen wir uns ja doch noch dazu durch, vielleicht auch mal eine ein oder andere Multiplayer-Folge zu machen. Aber nochmal gucken. Können es ja zumindest mal versuchen. Müssen wir mal schauen. So, einmal zurück zum Horizon-Festival-Geländer. Dann werden wir mal gucken, was wir jetzt machen. Also ich hätte schon Lust irgendwie auf ein bisschen Modern Rallye, so mit dem Subaru oder so hätte ich auch auf jeden Fall Lust drauf. So, ich wollte eigentlich ja gar nicht hier hin, sondern da vorne. Auf jeden Fall wieder richtiges Mistwetter hier oben. Auf der Insel, auf der Isola Tempesta. Tempest heißt ja Sturm. Also Sturminsel, Storm Island, ja passt ja. So, Meisterschaftsanmeldung. Da gucken wir mal, was alles jetzt so offen ist. Also in der, haben wir jetzt Platz 1 geholt in der 90s. In der Modern Rallye hatten wir ja auch schon Platz 1. Und wir können jetzt schon am Volcano Sprint teilnehmen. Ich überlege gerade, ob wir dann die Utility-Meisterschaft auslassen, weil das reicht ja dann schon. Wir müssen ja hier bloß, ähm, ja, wir hatten bloß zwei gebraucht. Zwei Siege, um das hier freizuschalten. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch den schlanksten Weg hier, um zum Finale zu kommen. Dann, ähm, ich denke mal, das ist, das ist schon genug, wenn wir das, wenn wir da den direkten Weg nehmen. Also wenn wir alles einzeln fahren. Ich glaube, das reicht dann auch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir alles fahren sollen oder ob wir hier tatsächlich auch den, ja, den kleinsten Weg sozusagen zum Finale nehmen. Da ist der Vulcano Sprint, der Gauntlet-Vulcano Sprint. Ich habe eine neue Veranstaltung für dich. Wir nennen sie Gauntlet und sie ist ziemlich heftig. So, ein Gauntlet. Ja, irgendwie geben sie den ganzen Rennen hier einen neuen Namen, obwohl das eigentlich einfach nur Rennen sind. Das verstehe ich nicht so ganz. So, Extreme Offroad haben wir auf jeden Fall die Klasse. Wahrscheinlich wird es dann wieder im Ford Raptor hier an der Stelle. Dann gehen wir da einmal hin. Kleines Zwischenfinale. Scheinbar geht es hier direkt los, oder? Ne, wir müssen noch hinfahren. Wie sonst auch immer. Dann gucken wir mal, welches Auto wir dann gleich nehmen. Wie gesagt, ich denke mal, es wird beim Ford Raptor bleiben. So, einmal rüberjumpen. Ja, zwischen den Tagen jetzt, zwischen Silvesterfeiertagen und Neujahr bis zum 5. Januar wird es ein sehr, sehr dünnes und spärliches Programm hier geben auf dem Channel. Da ich auch Urlaub habe. Und wie ihr gerade schon rausgehört habt. Hören wir mir erstmal zu. Ja, wie ihr gerade rausgehört habt, auch mal ein bisschen was anderes spielen. Ein bisschen die Zeit genießen einfach. Und da haben wir dann einfach mal bis zum 5.6. herum ein bisschen weniger. Veranstaltungen sind die härtesten und intensivsten Veranstaltungen, die es je beim Horizon gab. Das ist die extreme Version von EXTREM. Und du weißt ja, dass ich immer sicher gehen will, dass du das passende Auto hast. Deshalb fährst du heute den Speed Energy Drink Stadium Super Truck. Ich kriege ein Auto vorgegeben. Ach, das ist dieser, dieser, das ist glaube ich dieser Stadium Truck, den wir schon gesehen haben vorhin schon mal. Das ist, ja okay, dann weiß ich Bescheid. So, rennen wir alle schon starten. Ja, dann auch mal was anderes zocken. Also es war jetzt echt mal in der Zeit mal... ...noch ein bisschen Ruhe zu geben. Wir müssen glaube ich seit anderthalb oder zwei Jahren durchgängig Programm gehabt. Wirklich jeden Tag zwei Videos. Ich glaube ich, es gab kaum mal eine Zeit außer so Gamesport. Der ist aber... Der schlenkert hin und her hier. Wo es mal weniger gab. Das ist jetzt mal das erste Mal, glaube ich seit zwei Jahren, dass es wirklich mal so eine richtige Abwesenheitszeit gibt. Wo auch mal wirklich richtig wenig Videos. Ich komme jetzt zwei Tage ohne Videos gewesen. Aber ich denke mal, da könnt ihr damit leben. Ihr habt ja auch zwischen den Feiertagen sicherlich was anderes zu tun, als die ganzen Videos zu gucken. Oh, oh, oh. Was ist denn das hier für eine Musik jetzt hier? Ein Valkürenriff von Wagner oder was? Ja, das ist der Groundlet. Ein extremes Rennen, hat er gesagt. Ei, 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 ei. Super schwer zu fahren gerade. Da werde ich mal ganz kurz die Musik umschalten. Das haben wir doch ein bisschen zu... Ich habe mich ein bisschen zu sehr aufgekratzt gerade die Musik. Bisschen kirrig gemacht. So. Das ist ein Konzentration, ein bisschen Ruhe reinbringen. Hier, es gibt hier, gibt es die neue Radiosender eigentlich. Ninja Tune Radio. Gar nicht sicher. Hat auch einer in den Kommentaren geschrieben, dass er sich ja neue Tracks gewünscht hätte mal. Boah, das ist aber richtig schwer gerade. Da denke ich fast schon mal eine Fahrhilfe reinzuknallen, weil die Kiste sowas von schwimmt hier. Ist auch pure Modderpampe hier gerade. Unglaublich träge. Das ist wesentlich schwerer zu fahren, als ein Stadium Truck vergleichbar in Dirt 2 oder Dirt 3. Muss man mal ganz klar sagen. Der schwankt hin und her hier. So, das geht schief, glaube ich. Ja, das geht auch schief. Müssen wir mal kurz zurückblenden hier. Gerade mal Platz 10. Also ich weiß nicht, wie ich hier noch nach vorne kommen sollte jetzt. Das ist ganz... Horizon Pulse haben wir auch wieder dabei. Aber man hört die Musik gerade gar nicht, weil der Wind einfach sowas von laut ist. Ja, das wird auf keinen Fall noch was hier. Ich hatte hier permanent Wheelspin. Ich komme hier nicht wirklich vorwärts mit dem Auto gerade. Okay. Hopp, hopp, hopp. Kann man ein bisschen abkürzen. Tatsächlich ist das im Cockpit sogar ein bisschen angenehmer zu fahren, weil ich ein bisschen besser die Abstände einzuschützen. Aber ihr seht schon, der hat permanent Wheelspin hier. Kiste. Müssen wir das Rennen nochmal neu starten, leider. Starte ich es mal direkt neu. Sieht ganz schön an hier. So, versuchen wir es nochmal. Vielleicht am Setup mal irgendwas ändern, dass wir vielleicht... Kann man gar nicht. Kann man gar nicht bei dem Auto. Hm, müssen wir es so versuchen. Schon wieder die Musik hier. So, Besserina. Bekannte Klinge wieder auf dem Ohr. Ein bisschen reinrollen lassen. Und da ist einer gegen den Baum gekracht. Mit Karacho ist er da reingeknallt in den Baum. So, mit Perspektive bin ich hier sogar ein bisschen besser unterwegs gerade. Guck mal ein bisschen besser nach vorne. Anbremsen hier. Ich bin vorsichtig. Dezent auf dem Gas sein. Also ich kann hier nicht das Gas durchdrucken. Wir müssen ja wirklich ein bisschen lupfen. Zwischendurch ein bisschen... Ich bin mal zur Hälfte runterdrücken den Trigger hier. Ihr seht schon eine Rehzahl vorne, dass er permanent irgendwie... ...durchdrehende Räder hat. Das ist ein richtig hartes Ding hier gerade. Hoppala, hoppala. Stromkasten davor mitgenommen. Hier die Lampe. Fluglichter, die hier stehen. Aber solche Wettereffekte hat man meiner Meinung nach... ...in Rennspielen bisher noch nicht in der Form erlebt. Vor allem nicht an der Open World. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Bei D3 sahen ja auch schon die ganzen Regengeschichten... ...sonst meldet dann so sehr gut aus. Auch bei Formel 1 wissen wir ja... ...traditionell, dass der Regen sehr, sehr gut aussieht. So, hier habe ich es gerade noch verhauen. Aber das hier ist natürlich mal ein ganz neues Level. Also... ...so krass. So, das sah doch deutlich besser aus. Jetzt sind wir auch auf jeden Fall auf Podiumskurs hier. Frage ist, ob wir es jetzt gewinnen müssen... ...oder ob auch ein dritter Platz vielleicht reicht... ...in dem Rennen hier. Das ist wieder der nächste Baum. Also es ist... ...rein vom Fahren her finde ich... ...mit das Schwierigste, was wir hier bisher hatten... ...bei Horizon 2. So, da nochmal versuchen anzusetzen. Ja, wieder ein bisschen zu dicht am Gegner gewesen. Gar nichts gesehen. Haben wir rübergekürzt hier. Man kann ein bisschen abkürzen. Muss man, glaube ich, in dem Rennen auch. Dass man mal ein bisschen das Geländer auch mitnutzen... ...und ein bisschen da rüberfährt einfach. Oh, da springt er. So, den Manny, den schnappen wir uns. So, schon mal hier anbremsen. Rechts rüber. Und da sieht es ganz gut aus. Das Spielclip wurde aufgezeichnet. Ich muss schon jetzt arbeiten nach außen wieder. Aber jetzt klappt es. Jetzt klappt es. Guck mal nach hinten. Da ist so ein bisschen Abstand noch. Jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Es ist wirklich sowas von dunkel gerade gewesen. Und dann springen wir rüber in die Ziellinie. Dahinten kommt der Manny angeflogen. Das reicht gerade so. Oh. Erster Platz doch noch geholt. Wow, geschafft. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob du diese Veranstaltung meistern könntest. Ne, ich war auch nicht so ganz sicher. Okay, alles klar. Das hat schon mal gereicht. Ich hoffe, das Wetter legt sich hier langsam mal wieder ein bisschen. So, natürlich kommen hier auch wieder ein paar Xbox Live-Folgen mit ins Spiel. Hier im DLC. Das Ding steht immer schon als ganze Meisterschaft. Also jetzt brauchen wir noch neun. Das ist von Robbie Gordon übrigens. Den haben wir jetzt gewonnen sogar. Das ist mal wieder ein Event, wo man auch ein Auto gewinnt. Ja, ich sagte ja. Robbie Gordon hier. So ein Stadium-Truck auch für die Bacher-Rennen. Auch sowas hier. Robbie Gordon ist ja auch, glaube ich, ein NASCAR-Fahrer, ne? Ja. Aber die US-Motorsportstars, die fahren ja sowieso meistens auch mehrere Serien. Und sind nicht nur auf eine Serie fixiert. Sondern haben auch dann nochmal Offroad-mäßig irgendwas am Start. Oder der Relaycross. So. Ne, den nehmen wir nicht. Können ja mal gucken, ob der Club sich hier entwickelt hat mittlerweile wieder. Und übrigens sind hier, glaube ich, noch ein paar Geschenke, die wir abholen müssen. Der Riveter hat erstmal ein paar Sachen noch. Und da sind auch neue Geschenke. Tatsächlich vier Geschenke hier in der Nachrichtenzentrale. Tägliche Auszahlung haben wir natürlich. Irgendwie laggt das hier gerade das Menü. Ganz komisch. Gucken. So, Auszahlung haben wir. 24.000, 6.000 fürs Design. Und dann haben wir ein neues Auto. Dann haben wir ein Aventador, LP700-4, ein Focus RS und ein Audi Sport Quattro. Da haben wir aber eigentlich alles schon. Ne, das sind die alten Nachrichten. Das sind die alten Nachrichten. Wieso kommen die denn? Ne, die sind neu. Hm, komisch. Und sich 600.000 Credits erhalten für die Forsa-Hub-Belohnung. Müssen wir dann mal gucken. Neues Clubmitglied. Da sind einige jetzt nochmal dazu gekommen nach den neuen Folgen. Gucken gleich mal in die Horizon-Club-Zentrale rein. Was haben wir hier noch? Fahrspaßdisten, zwei sind übrig. Rivalen. Meine Rivalen. Festivaltour. Hoppala, wieso springt er denn da jetzt weiter? Wir hatten doch schon irgendwie, wir hatten doch schon eine Veneno. Wir hatten doch schon den Audi Quattro. Jetzt kriegen wir nochmal Geschenke dazu. Gut, müssen wir mal gucken. Im Moment, auf Storm Island, glaube ich, können wir mit dem Aventador nicht so viel anfangen. Der wäre, glaube ich, hier so ein bisschen nicht ganz so angenehm zu fahren. So, wir wollten ja in den Club mal reingucken, wie der Club sich so entwickelt hat. PNC4 Club. Schauen wir mal. Wir waren ja, wollten ja an die Top 100. Ah, Platz 150 mittlerweile. Immer noch. Also, das hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Also Leute, fleißig fahren, fleißig spielen. Jetzt gerade Horizon Storm Island nochmal ein paar Punkte sammeln. Und wir fahren zurück zum Horizon Außenposten. War das schon jetzt hier gesetzt? Jawohl. So, ab geht's. Oh, dieser Wheelspin, der kommt nicht aus dem Knick. Unser Stadium Truck. Boah. Ist das ein Sturm, ey. Ja, was würde man sich noch wünschen, so für weitere DLC-Pakete so mit neuen Gebieten? Ich habe immer schon gesagt, dieses Monte Carlo-Ding würde mich mal total reizen, so in den Seealpen vielleicht. Ein bisschen was in den Bergen wäre richtig geil. Würde ja auch ein Setting ganz gut reinpassen. Gut, das ganze Offroad-Ding haben sie natürlich jetzt schon mal abgehakt, mehr oder weniger. Vielleicht auch noch was mit Monte Carlo, mit der Stadt vielleicht. Also nicht nur die Seealpen, sondern auch die Stadt oben. Dass man da vielleicht nochmal mit Hypersportwagen oder sowas... ...noch mal so kleine Meisterschaften fährt oder so. Das wäre auch ziemlich cool. So, kurze Pause gehabt. Ja, wie gesagt, jetzt nächste Meisterschaft. Ich würde mal gucken, was da oben alles jetzt so abgeht. Ja, Hot Hatches haben wir, glaube ich, auch. Wir haben ja auch den Focus Air geschenkt. Und das wäre vielleicht auch eine Option, den mal in Richtung Rallye zu nehmen. Das ist, glaube ich, mittlerweile dann der vierte Focus Air in der Garage. Müssen wir gleich mal gucken, was wir da noch haben. Allerdings können wir natürlich auch mal neue Sachen nehmen. Ja, genau, da sind die super Hot Hatches. Tier 5 für die nächste Meisterschaft. Group B-Monster ist natürlich auch geil. RS 200, Quattro und so. Das reibt sich schon fast mehr, als jetzt Hot Hatches zu fahren erstmal. Machen ja sowieso alles, aber dann nehmen wir erstmal die Gruppe B. Da haben wir schon natürlich den Audi. Haben den Lancia Delta S4. Und wir könnten dann auch mal ein neues Auto kaufen. Jetzt, wo wir wieder 600.000 bekommen haben, können wir mal wieder ein bisschen was ausgeben. Insgesamt 2 Millionen auf dem Konto. Hey, wie läuft's denn so? Was kann ich für dich tun? Würde auf jeden Fall der RS 200 Evolution sehr, sehr doll reizen. Den haben wir ja schon nur einmal bisher in der Fahrspaßliste gehabt. Da gibt's auch wirklich nur 200 von. Gruppe B. War vor allem erfolgreich in der Rallycross. Gar nicht mal so sehr in der Rally, sondern mehr im Rallycross. Das war so genau die Zeit, wo dann die Gruppe B abgesägt wurde oder abgeschafft wurde. Wo dieses Auto dann rauskam. Stradale wäre auch eine Option. Welcher ist teurer? Der ist teurer, dann nehmen wir uns auf jeden Fall den RS 200. Und wenn wir beide fahren, Quattro und RS 200, würde ich sagen. So, die Designs gehen irgendwie immer noch nicht. Ich hab hier einen Fehler mit den Horizon 2 Servern. Ich kann keine Designs auswählen. Das ist ein bisschen sehr schade, auf jeden Fall. Ähm, hm. Tja, dann müssen wir uns auf Farben. Nehmen wir Farben, nehmen wir mal einen Weißen. Ah, es muss doch möglich sein, hier die Designs zu benutzen, ey. Immer wenn ich spiele, gehen die Server nicht. Das ist echt doof. Naja, nehmen wir den in Weiß einmal. Der ändert sogar hinten. Ändert da sogar das RS 200 Emblem, wenn man eine andere Farbe nimmt. Naja, sehen wir das nochmal? Ja, da sehen wir es nochmal. Genau, das wird dann, bei Weiß wird es dann Rot. Ansonsten ist es halt Weiß. So, wir nehmen den Weiß. Ja, es wurde sich ein bisschen auch beschwert über die neuen Tokens, die hier im Spiel eingeführt wurden. Dass man jetzt eben auch mit Echtgeld Autos kaufen kann. Ist nicht so beliebt bei der Community. Aber, ja, ich sag mal, im Spiel bekommt man eigentlich genug Credits. Und auch durch diese ganzen Forsa-Bellungen, Forsa-Hub und so, bekommt man eigentlich genug Zeug. Um da auch sich die entsprechenden Autos kaufen zu können. Aber wieso geht das mit den Designs nicht? Das ist echt ein bisschen ärgerlich. So, genau. Natürlich machen wir jetzt noch ein bisschen Rallytuning bei dem Auto. Ich denke mal, der wird auch ein paar Kits bekommen haben. Ich weiß, dass der Quattro einiges bekommen hat. Da kann man einiges noch machen. Heck-Spoiler und so. So, natürlich hier auch noch das rein. Einiges ist vielleicht übertrieben, aber zumindest ein bisschen was. So. Einmal Reiwe. Ist ja schon auf 868. Ist schon mal eine Menge Holz auf jeden Fall für so ein Auto. Ich bin mal gespannt bei den Bodyparts, was da so geht. Ne, leider überhaupt nichts. Das ist jetzt sehr enttäuschend auf jeden Fall. Ich dachte extra, ich komme mit dem RS200, weil der bestimmt was bekommen hat. Und der hat gar nichts bekommen. Ich meine, gut, der ist ja auch schon eigentlich so, wie er gefahren wurde in der Gruppe B. Ist er ja eigentlich auch schon. Sieht er ja auch schon aus. Deswegen vielleicht jetzt auch nicht die große Überraschung. Der ist ja schon so Rally-mäßig aufgebaut, wie er damals auch benutzt wurde. Deswegen jetzt vielleicht nicht die allzu große Überraschung, dass wir da doch nichts haben. Naja. Haben wir den noch tunen oder wollen wir den erstmal so lassen? Können auf jeden Fall so ein paar Sachen nochmal, um hier auf mindestens 900 zu bringen, können wir machen. Kraftstoffanlage und so ein Zeug. Was ist Handling, die so stark beeinflusst? Noch einen schönen Auspuff drunter, eine Rennauspuffanlage. Bringt auch mal ganz gut Leistung. Lockenwellen, natürlich auch noch Rennlockenwellen, Ventile. Rennventile noch rein. Das ist nicht allzu der große Posten, aber... Guck mal, da geht er schon auf S2 hoch. Wir machen jetzt bloß die Sportlockenwellen. So. Haben wir hier auf 899. Und dann natürlich noch ein paar schöne Felgen drauf. Und dann haben wir den soweit eigentlich fertig. So, bei den Sportflächen wieder was schönes Rally-mäßiges hier. Ist aber auch hoch. Meine Güte. Ja, nicht mehr die gleichen. Vielleicht mal ein paar andere. Da würde ja sowas hier wieder mal passen. Gucken. Ja. Nee. Nee. Gefällt mir alles nicht so ganz so doll gerade. Weiß gar nicht auf so einem RS-200. Was macht man da am besten? Weiß nicht. Schwierig auf jeden Fall. Ich würde vielleicht mal... Hm. Hm. Ich würde mal die hinnehmen und dann die Farbe auf jeden Fall ändern. Jetzt gucke ich aber nochmal, ob man vielleicht schon... Ob ich doch noch bei den Designs irgendwie reinkomme. Alles andere ist ja echt ärgerlich. Schöne alte Rally-Lackierung drauf machen. Aber wenn nicht, dann nicht, ne? Kreisel des Todes. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Also irgendwas ist hier falsch. Okay, bei dieser Group B Monsters Meisterschaft rast du mit einem feinen Stück Rally-Geschichte durch einen Mix aus Geländerennen und Rampage-Veranstaltungen. Es sieht aber so aus, als wäre das Wetter stabil. Schade. Such dir ein Rennen aus. Wetterstabil? Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. So. Das muss doch irgendwie möglich sein. Hey, wie läuft's denn so? Was kann ich für dich tun? Ah, jetzt geht's auf einmal doch. Naja, passt doch. Ja, genau, den hab ich gesucht. Das ist genau das Ding, das gibt's auch bei Dirt 3. Mit der alten Ford-Lackierung hier. Sieht doch ganz geil aus. Ja, jetzt klappt sie nicht. Das ist doch ganz gut. So, auch noch eine klassische Ford-Lackierung. Ford-Ready-Sport-Lackierung. Die hatten schon damals eigentlich ein relativ zeitloses und gutes Design, muss man sagen. Dann werden wir das auch nehmen. Nehmen wir mal hier. So in die Richtung auf jeden Fall. Der sieht schon sehr gut aus. Hier mit der Nummer 8. Der sieht auch klasse. Der sieht noch ein Stückchen besser aus. Der hat auch die Sponsoren. Aber die nehmen sich, glaube ich, gar nichts eigentlich. Der hat nochmal da unten was. Ein bisschen mehr schwarz. Der gefällt mir ein bisschen besser. So, jetzt geht's hier doch. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns noch ein bisschen dem Quattro widmen und dem Quattro noch ein bisschen auf das Dormer Island Rallye-Zeug einstimmen. Und dann geht's direkt los mit der Meisterschaft. Dann fahren wir, glaube ich, nochmal zwei Rennen mit dem Audi oder zwei Rennen mit dem Ford und ein Rennen mit dem anderen dann jeweils. Müssen wir mal gucken. Joa, dann, ähm... Oh, wir müssen ja mal ganz kurz Probe fahren auf jeden Fall. Das, glaube ich, können wir mal machen. Ja, das Wetter hat sich wirklich ein bisschen gelegt wieder. Mal sehen, wie direkt er sich denn fahren lässt. Oh. Aua. Kann man den Driver-Tal übersehen. Lässt sich sehr präzise fahren. Sehr stabil fahren auf jeden Fall. Ja, wobei, es ist doch nicht die Rallye-Version, glaube ich. Es ist doch die Straßen-Version, weil die wurden ja dann auch in einer gewissen Stückzahl dann immer für die Straße auch gebaut. Ja, der passt auf jeden Fall schon mal. Ja, gut. Dann, wie gesagt, beim nächsten Mal noch am Anfang den Audi Quattro. Und dann geht's los mit der KBW-Meisterschaft. Also, ähm... Ja, wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis morgen. Ciao. Ciao.